ha hey Leute und willkommen zu einem weiteren GDR 4 3 Mute Player ich habe einfach mal freie Moduskill gemacht und jetzt geht hier die Post ab ich werde jetzt hier einfach mal Amok laufen er ein bisschen Randale schieben und hier die Polizei herausfordern da ist jemand das ist eine Polizei ja ich mach dich fertig wer hat er wenn das Auto ach der lebt ja noch ich war lange wer hat hier ich bin jetzt komischer Typ keine Ahnung wo meine Frau ist und mich auf einmal dieser sieht aus wie ein Zombie oder so der will sterben kann er gern haben hier wollte auch sterben bitte hier hier auch schon vier Sterne bisschen nix was ist gestorben für es geht noch besser das heißt hier nach A das wird schiefgehen so was von schiefgehend glaube ich da 2 das ist ja einer von denen der er für die a Maßenmörder ja etwas für die jetzt kommt hier die spezialeinheiten schon elf muss meine waffen ups nee das war das radio ist meine waffe verdammt ohne waffe ich brauche verdammt noch mal eine wasser aus dem weg ich brauche eine waffe was eine waffe da ist ein scharfschutzgewehr das kann ich nicht gebrauchen aus dem weg irgendwo war hier doch eine waffe wo ist denn sie da ist er ah ja da ist doch noch mal eine hey wo ist denn jetzt da 150 habe ich noch für ja auch nicht gerade viel Pantypult 6 6 ist echt enttäuschend ich habe mir mehr erwartet dieser so schwach hier schießt einfach ab einer und anderen kein Ding und ich wollte hier mal Richard Amoklauf sehen und dann fordern die mich hier nicht um die Panzer Kleiders weiß ich gar nicht eigentlich bis sie nicht rauskommen um nahe wie schlecht wenn ich habe Angst vor euch wir duschen auch jetzt habe ich mittlerweile fünf Sterne auf von sich doch erwischt es geht schnell für hätte ich meist nicht so groß die Klappe aufweisen sollen wo bin ich jetzt gelandet aber noch immer noch in der Nähe aber ich habe keine Verfolgung mehr anscheinend ich brauche mal hier so richtige Raketenwerfer das haut dann so richtig ein alter sehe ich aus what the fuck nur Unterhose blutverschmiert alter zombie mäßig äh so Raketenwerfer geschnappt und jetzt wird was in die Luft mal gejagt zum Beispiel du du stinkst opala verdammt das Auto nicht richtig erwischt aber du vielleicht ja ok mehr oder weniger boom zack wickel und feuer wer wer ist feuer ich bin on fire alter hier geht ja richtig gerade was ab der Obenpult relativ interessiert sich gar nicht für mich Kosmania ist beigetreten da guck boom hi und tschüss pfff lol lol wie er abfackelt haha alter da ja Kinder und macht das nicht zu Hause nach das ist nicht menschen würde ich äh ah Helikopter könnte ich noch abschießen wenn ich nicht erwische jetzt was der lebt noch wie denn das warum lebt der noch so wo ist der scheiß Helikopter ich will den abballern ob das erwischt hab ne geht's klappt vorbei bä 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 you are dead people so ich klau mir mal ah ne falsche Karre ich will die Polizei kauer hopp als Stanford hör st immense das nur mehr bä 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 aller erschied die oder aus jetzt zu gut Aber das ist bei dem Jungsjagd mal machen? Gerne! Boom! Ja, haha. Komm, leg dich mal aufs Dach. So siehst du besser aus. Wow! Komm, Bubis. Aber wie soll ich denn eigentlich sterben? Ich bin doch schon untot. What? What the fuck? Alter, ich leg mich einfach mal um. Okay. Ey, hat der grad gestöhnt? Wie ein Zombie. What the fuck? Ich muss mal grad auf die Karte gucken. Oh, die ist Karte. Ist die andere noch da? Oder ist die schon wieder? Ne, die ist schon rausgegangen wieder. Aber ansonsten ist das eigentlich ziemlich öde hier, muss ich sagen. Hier ist ja nix los. Bub. Der stöhnt echt. What the fuck? Äh. Wollt ihr mich eingeheistert? Nicht mit mir. Hier. Irgendwie sind die Verfongensjagden in Nithos Beach ab vorne da. Zumindest in Moros Wunder. Da waren sie richtig knackig noch. Wow. Wow. Warum sollte ich? Oh, verdammt. Es brennt. Out. Oh, verdammt. Und bin gestorben. Ich glaube, ich verspiele jetzt was anderes. Andere Modus. Ich dachte, es wäre lustiger mit hier am Klauen. Aber die Polizei ist nicht mehr das, was noch mal war. Äh. Äh. Ist jetzt doch wieder dabei. Aber wo? Wie kommen wir hier nochmal raus? Spiel verlassen. Multiplär. Live schnelles Spiel. Was machen wir noch? Bombenanschlag. Bombenanschlag hört sich ganz lustig an. Wenn wir da was finden. Das ist die Frage. Hm, 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 hm. Ääh. Da, na, da, da, ah, da, ah, da, ah, ah, nom. Wasanna giga. Ist echt die Frage, ob wir da noch was finden... Mit Spieler gibt's ja nicht mehr so lange, äh, viele... atomisch Wunder. Stuttgart erst der Permission ab der Erlter ist we must crash bis ab starten Raja lustige Einleitung dafür dass naja ich habe mich ja gerade um auch alleine starten kann sich das gerade leicht in die Mitte von die ferie aus mir auch lassen wir es mal aus das was zustand im fadenkreuz was meinen die damit penderlich hatte sind aus ja nicht verfügbar nicht verfügbar was soll das mir auch alleine loslegen spiel bin ich mehr spieler war verdammt war ja klar ist nur die frage ob jetzt noch jemand dazukommt so und um sie war wie lange war durch feuerwerken liebte sie den nichts ist schöner als die konkurrenz in flammen zu sehen weil die Szene was das war sie zu schnell Prozent nicht bereit m nähe dann Beispiel los alarm gucke ich mal da ob es da was abgeht alles mal durchschicken ich will ja auch halt noch andere modus ausprobieren ich habe hier bis jetzt hauptsächlich nur GTA rennen oder rennen nur allgemein gefahren ich habe noch nie alle modus ausprobiert es ist gut es ist gut zu zurück es ist gut zu zurück was der f*** tja da wird einer schon gleich von speziellen truppen hier erwartet lustig das ist das das ist 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 ah ja Petrovic ist zurück aber er wird gesucht ihr müsst den Noscops entkommen ja jetzt warten wir hier wieder ja das ist das Problem keine Sau spielt es gibt so viele Spiele oder es dann kommt keiner Sau ich bin immer nur die gleichen Sachen nun mal was Neues ausprobieren wird kommt ja keine ja es multipliert schon klar aber warum kann man nicht schon mal starten und dann können sie nachscheinen das kann man ja auch einstellen aber muss ach verdammt muss wohl mindestens zwei Spieler sein äh 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 dir kommt auch keiner ja die Verderber aber ein Team Deathmatch da müsste man was los sein oder ich hoffe doch äh äh sieht schlecht aus das Team basierter Kampf mit kapitalistischen Untertönen ja und hat es auch immer gut äh da war was kann man einstellen was 5.000 Dollar okay 60 Minuten kann man mit einstellen what the fuck fünf Minuten reicht das war 5 Minuten reicht das war mit der über komm würde ich verratte hier noch mein Gott ist nirgendwo war es los oder was Team Card Checker Kops und Gangster äh es geht nur noch ganz schnell durch ohne lang zu warten ob irgendwo wenn ich irgendwo drauf klicke gleich jemand da ist nene Zeit zu verdauften die Gänse bliehen und die Kopfhörer so und sie aufzuhalten schön hier ist auch keiner äh was hat man auch nicht die Hilfe der Bar es ist viele Spielmodus nur und keine Sau spielt da war es hm 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 Lade die Engels der Biker Gang haben für die Mafia in dieser Stadt seit vielen Jahren sie bringen Drugs aus Kanada auf ihre Bikes und in ihren Booten wie alle Beziehungen wird dieser eine zu verdienen die 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 hoher ein Drogen die läuft ab aber keine der Parteien weiß wie übel ist hier hier gehen wird naja und da sind noch keiner aber Lände kleine Filmchen hätte ich nicht gedacht so ein Revierkämpfer ich suche hier die ganze Zeit nur äh 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 er ist auch keiner Kopf und Gangs haben wir eben schon versucht das haben wir letzt mal schon versucht aber auch keiner wird jetzt wohl auch keiner mehr da sein ich vergeute hier meine ganze Zeit nur um in der Lobby zu suchen passereien Geoff ja da könnte vielleicht noch was los sein komischerweise ein Rennen habe ich schon mit dem meistnehmer gefunden euch gedacht dass hier so viele auf rennt da haben wir schon auch wieder gut dann fahr mal hier noch mal nur runter fahrzeug was falschen groß und track ist natürlich auch gar oder feuerwerk auto in der markt auf feuer autos gibt es noch die eine farbe ich bin ja nicht der boss kann mein fahrzeug auswählen wollen sind ja dahinter auf einmal botte herr ich bin fürchte das spiel ist abgekackt oder ist mein internet weg was zum teufel okay jungs ich werde mal schicken was hier los ist wir sehen uns hoffentlich gleich wieder wenn alles funktioniert okay ich bin wieder da ich habe jetzt einfach mal benutzer definiertes spiel das sieht man mal die lobbies ich habe eben gemerkt aus dem einen lg da rein wird jedes mal gekickt warum auch immer die mögen mich nicht was habe ich getan verdammt team das mensch und wieder mal fahren egal ich habe jetzt am meisten Bock wieder auf rennen fahren ich bin halt ein rennfahrer mal sehen ob ich hier erwünscht bin was war das jetzt gleich noch mal geladen ach so okay die sind gerade fertig gefahren was ja sieht so aus bmw kaffee racer ist auch geil wofür hatten die rum ach gott was hatten die hat die da irgendwie in maske oder so es kommt mir gerade vor zum teufel fahrt die rum und wie lange fahren die bitte auch noch kameraradio also jetzt gefahren die ersten ins ziel alles klar okay okay wie die was heißt wie die gr heißt ja wohl gut race huh ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht okay okay was 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 geht denn hier jetzt ab okay okay guck mal was nehme ich in diesmal für ein schickes Komet hatte ich letzt mal äh wie kann man schreiben z ich glaube ich nehme meinen infernus habe ich einfach bock drauf okay fahr mal das ein renn mache ich noch dann guck ich mal äh starte in eins und nu geht es jetzt nicht los drei runden ja ich muss gerade sagen geht es jetzt nicht mehr los hä okay das rennen machen wir noch das passt ich glaube dann reicht es aber doch was ist das für eine kamera ich bin eine andere kamera komm mal in die kamera ein dann geht doch komm nicht gleich so boah fail da fliege ich gleich mal raus hier boah okay okay da wird die immer nur super cars fahren immer schneller Autos wow hui alter fail siebter klasse aber ich habe das rache an merke ich gerade nicht gut gar nicht gut wow ja oi 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 mein gott da war es letztes mal aber besser gelaufen haben sich aber auch gegenseitig raus geschossen jetzt geht's what alter oi 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 äh wo fährt denn der hin ha ha fail hat er mal ganz verpeilt abzubiegen bin ich immer nicht mehr letzter ha 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 mein gott sind die aber diesmal gut was zum teufel mein 말 oi 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 hier funks aber die damen zurück ich dachte ich werde ganz passabler fahrer aber anscheinend doch nicht Ich habe es schon gleich zu Startbeginn ziemlich vermastert, würde ich mal behaupten. Hä, warum bin ich jetzt auf einmal fitter? Achso, weil es jetzt irgendwie beim Ziel anscheinend, da wechselt das immer so durch. Warum auch immer. Da war ja schon letztes Mal der Fake, dass ich Zweiter war und dann dauernd, wenn eine neue Runde begann, dann kurzstandig quer in Führung gegangen. Ja, ganz komisch, warum auch immer. Es liegt alles am Auto, ich bin nur so schlecht, weil das Auto schon schlecht ist. Das wird es sein. Das ist einfach halt viel zu lahm. Aber zumindest das letzte Mal, da waren die Besten immer mit einem Komet unterwegs. Ja, mal ein bisschen abkürzen. Wunderbar, das hat doch schon wesentlich besser geklappt als beim ersten Durchlauf. Ich komme gar nicht mehr hinterher, echt mal. Puh, jeje. Wuh. Boah. Punisher ist beigetreten, naja. Da ist der andere erst. Der hat es noch schlecht erwischt, durch seinen Ausritt. Jetzt weiß ich wohin. Ja, boah. Aber hier ist eine Runde aber auch gar nicht so kurz. Hier ganz einsam hinten rum, ey. Man kommt gar nicht mehr heran. Nicht mal an den Vordermann. Hallo. Da hat jemand noch Zeit zum Schreiben während dem Fahren. Alles klar. Ach, verdammt. Jetzt habe ich es verkackt. Ja, so komme ich erst recht nicht mal dran. Das führt auch hier lang durch Betriebsgelände und keine Ahnung. Woop. Joppa. Puh. Ich kann schon ein langes Rennen. Muss man ja sagen. Das macht schon Spaß irgendwie. Habe ich nicht gedacht. Wuh. Und nur, was mir echt einfach fehlt, warum gibt es hier keine Tachoanzeige? Das stört mich einfach. Ich will ja auch wissen, wie schnell ich fahre. Ja, das Geschwindigkeitsgefühl ist wichtiger, aber ich habe halt auch gerne immer Zahlen, so. Daten halt. Naja. Ich frage mich echt in GTA 5. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwas geändert sich hat, aber es wäre ja mal Nobel ein Tacho einzubauen, zumindest wenn man halt ins Auto steigt. Ach Gott. Der ist echt eine ganze Schlenke da weiter als ich. Klasse. Jopp. Uiuiuiui. Hatte Klaude, der ist ja noch schlechter geworden. Da ist der letzte Runde aber weitergekommen, obwohl ich an der einen Stelle hängen geblieben bin. Hm. Die scheinen echt alle gute Fahrer zu sein. Nicht schlecht. Da sehe ich aus wie ein blutiger Anfänger. GT Marvel V8. Super, Erik. Warum die ganzen Zahlen da hinten dran? Das Thema alles mit Zahlen machen. Ja. Ich glaube, hier gibt es auch kein Doppelte. WD, WD. Was heißt? WD, WD. Ich komme da einfach nicht drauf. Ne, ich komme echt nicht drauf. Alter, ich stehe voll auf dem Schlauch. Ihr könnt es ja mal mir in den Kommentaren schreiben, wenn ihr es wisst. Was WD jetzt heißt. Zelt läuft wohl die Zeit ab. Ah ja, da 30 Minuten. Noch 20 Minuten. Dann sehe ich das Ziel noch. Das wäre knapp auf jeden Fall. Mein Gott, so schlecht diesmal, dass ich sogar Angst habe, ins Ziel zu kommen. Das schaffe ich noch, oder? Ja, 10 Sekunden. Ja, wuhu, immerhin. Alter, was sind die so viel schneller? Einfach Rundenzeiten. What? Über... Alter. Äh, was, was, was? Äh, jetzt mache ich aber den Schluss. Was hat... Ich habe jetzt gar nicht sehen können, was die für Autos hatten. Mano, hätte ich jetzt gerne gesehen. Egal, dann ich mache Schluss für heute. Das muss reichen. Was, bei Tritts? So, äh? Zum Ziel ist das nicht möglich? What the fuck? Also. Okay. Naja, dann. Oh, das reicht dann wieder für heute. Vielleicht. Ja, ich weiß nicht, wie viel Partys ich da noch von mache. Weil immer nur Rennen zeigen ist jetzt auch nicht das wahre. Freier Modus, ja. Ich habe halt jetzt mal einen Blick gewährt. Aber, ich weiß nicht. Ob das so interessant ist. Außer ihr findest halt wirklich interessant. Mir macht das nichts aus, da noch weitere Sachen aufzunehmen. Also, ich bin wie immer für alles offen. Also, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr doch mehr sehen wollt. Und was ihr gerne mehr sehen wollt. Und dann werde ich das tun. Also dann. Ich hoffe, es hat euch trotzdem soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffe ich. Als dann. Ciao. Ciao. Ciao.